Was in diesem Video passiert Ey, nein! Ich kann nicht bauen Ey! Wenn du mich noch einmal Stream snipest, Bruder Ich weiß, du guckst den Stream Ich ruf Polizei, Bruder Leute, ihr wisst, was das bedeutet? Ich Stream snipe einfach weiter Yo, Leute Was geht? Flexier Ihr wolltet ein Stream snipe Video Und ihr bekommt ein Stream snipe Video Und heute werde ich Lumex stream snipen Aber anonym Also er wird nicht merken, dass ich es bin Ich habe Anonymmodus drin Und Leute, viele haben mich gefragt, wie ich so gut Stream snipen kann Es liegt einfach an meinen Stream Sniper Merch Falls ihr auch so einen nicen Stream Sniper Hoodie wollt Checkt den Link in der Beschreibung Hier hinten könnt ihr auch sehen Es gibt T-Shirts und Tassen Checkt den Shop auf jeden Fall ab Und er hat gesagt, er will da unten landen Wir spielen jetzt lieber mal eine Runde Arena Weil ich bin euch ehrlich Ich habe absolut gar keinen Bock auf Skincontes oder Abozocken Deswegen, Leute, ihr kennt mich Der alle echtes Wetter Ich lerne spät erst mal Arena Ich habe noch gar keine Punkte, sehe ich gerade Ich weiß nicht, Chad Wo soll ich mir hingehen? Wo soll ich hingehen? Lass hinten bei der Ruine landen Er ist da hinten gelandet Wartet Oh mein Gott Holy moly Ich bin gespannt, ob er bemerkt, dass ich es bin Obwohl ich anonym drin habe Und nicht als Snowskin spiele Ich bin mega gespannt Ansonsten ist es schon mal klingt Kein Gegner ist mitgekommen Das schaut sehr gut aus So und Oha Leute, let's go Let's go Sniper Für den Sniper Gott, ihr wisst Bescheid So, Sniper gönnen wir uns auch direkt Chest auch hier Nice So, ich gönne mir auch hier die AK direkt noch Let's go Okay, Leute Er ist da hinten bei dem Zwerg Ich bin mega hyped Ich werde mich, glaube ich, hinsneaken Und mal so tun, als würde ich teamen wollen Hä, ich höre jetzt Warte mal Ich höre Splashies Nein Sag dich, hier ist ein Gegner mitgekommen, Chad Warte mal Ich höre da Steps Ich höre da Steps, Mann Oh nein, er hört mich Nein Er hört mich Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ich werde einfach teamen, Leute Ich werde einfach teamen Aber den 31er machen Ich renne hier drum rum Ich renne hier drum rum So, warte mal Ich schau mal Ich gehe mal raus So Hier ist nirgendwo niemand Hier ist doch niemand Lol Da ist niemand Nein, nein, nein Oh, ich kann in Minis droppen Als Beweis, dass ich teame Okay, Leute Ich werde mich jetzt ranschleichen Ich werde mich jetzt ranschleichen Ist er lost? So Unten Was gibt es hier unten eigentlich? Leute, das ist ein Container Die könnte mir eigentlich auch Die theoretisch könnte mir die Container auch looten gehen Ich weiß noch, damals Turnier Da habe ich Platz 1 geholt Hab mir richtig viel Önings geholt Und dann habe ich Ich weiß noch, damals Mein erster Sieg In Bro Hä? Warte mal, Digga Hello, Bro Ich hoffe, der hat den Der hat den selben Skit Wie ich, Leute Schaut mal Er sieht mich Bro, ich bin Streamsniper Oha, Bruder Bist du ein Ehre, Mann? Ey, Bro Du bist immer mein Zwillingsbruder Ich hätt mal mit dem Team Oha, das ist ein Ehre, Mann Schau mal Warte mal Gönn dir auch einen Mini, Bruder Komm, gönn dir Das ist ein Ehre, Mann Ja, Mann Ich will teamen Nein, nein, nein Brauche ich nicht Warte, warte Soll ich Soll ich ihn hops nehmen? Soll ich richtig Einen Headshot machen? Oha, Eifer Zwillingsbruder Ein Futter gefunden Ehre, Mann, Schett Schaut euch das an Oha, willst du Komm, lass tanzen, Bruder Wollen wir tanzen? Was macht der da? Achso, du willst tanzen? Okay, ich tanze mit dir Leute, ich nehme ihn jetzt so hops Lol, Eifer, der Ehre, Mann Gönnt euch das mal Lol, komm, wir tanzen ein bisschen Willst du noch was gönnen hier? Hä, was machst du? Komm, wir tanzen ein bisschen Dö, 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 dö Hä, wo willst du hin? Nein, nein, nein Komm mit, komm mit Komm hierher Komm hierher Hallo? Oha, du bist Okay, ja, ich komme wieder runter Oha, wir haben voll den Ehremann gefunden Wir haben voll den Ehremann gefunden, Leute Oha Wo willst du hin? Soll ich richtig in seinen Kopf? Ich mache es jetzt Ich mache es jetzt Oha So Was steht da? Ich kann es nicht lesen Ich mache es jetzt, Leute Drei Zwei Eins Baby Ey, was machst du? Ey Ey Was, Digga? Ja, tanzt ruhig, Digga Tanzt ruhig, Digga Ja, Mann, wir haben ihn, Leute Danke für dein Loot, Bro Ey Ihr tanzt doch so schmutzig, Bro Safe, Stream Sniper Wie heißt der? Ich will den melden Wie heißt der? Ja, ich weiß nicht, wie der heißt Schreiben, welches es anonym war Oh mein Gott Er denkt, ich bin wirklich ein Stream Sniper Aber er weiß nicht, wie ich heiße, weil ich anonym bin Ey, Bruder, weißt du, wenn du Stream Sniper Sei doch ehrlich, Digga Mach doch anonym raus Willst du Stress? Komm doch 1v1, Digga Mach anonym raus Komm 1v1, Mann Digga Man will in Ruhe Stream hier Arena Und dann trotzdem Stream Sniper, Mann Was soll denn die Kacke? Bro In der nächsten Runde werde ich jetzt, glaube ich, Skin wechseln Immer noch anonym lassen Ich werde die ganze Zeit anonym bleiben Dass er nicht checkt, dass ich es bin Und dann werde ich ihn am Schluss anrufen Und mal fragen, wie er sich gerade fühlt, Leute Weil er gestream snapped wurde Leute, ich bin so gehypt Ich würde sagen, wir gehen auf in die nächste Runde Let's go Okay, Leute Ich habe es direkt wieder in seine nächste Runde geschafft Und ihr wisst Bescheid Das liegt nur an meinem Stream Sniper Rudi Den ihr euch gönnen könnt Link ist unten in der Beschreibung Zu viel Werbung will ich aber auch nicht machen Und jetzt werde ich ihn hops nehmen Er hat, glaube ich, gesagt Dass er direkt hier landen will Habe ich mich verhört oder nicht? Nee, nee Er will da unten chillen Und ganz easy und entspannt Ihr wisst schon, was er machen will Er will einfach Arena zocken in seinem Stream Da ist er, glaube ich Warte, ich muss mal hier oben meinen Schirm aufmachen Oh, da ist er, da ist er, da ist er So, Leute Ich bin jetzt in der zweiten Runde Ähm, ich weiß nicht Hat jemand eine Art, wo wir hingehen sollen? Ich weiß nicht, ich will irgendwie ein bisschen abseits landen Das Ding ist Ich bin euch halt Retalk ehrlich Das triggert halt ein bisschen Immer dieses Stream Snipe Ich lande mal hier oben bei Steam Hier irgendwie sind so Häuser irgendwo hier oben Ich lande mit den Häusern auf jeden Fall Das Ding ist, Leute Ich bin euch halt ehrlich Ähm, das Ding ist Ich habe, mache schon kein Skincore Das ist auch kein Abo-Zock Meist halt auch beim Abo-Zocken Ein paar Leute gibt, die dann im Squad Ein bisschen triggern Mich runterschießen und so Habe ich letztes Jahr im Stream gehabt Das bockt einfach nicht Da denke ich mir so Okay, Bruder Lass ich ein bisschen Arena threaten Ohne Stream Sniper So Und dann gibt es halt Retalk Leute Die halt auf Teufel komm raus Versuchen mit mir in die Runde zu kommen Und mich Stream snipen Okay Oh, oh, oh Hä, hat er mich nicht gesehen? Ist er lost? Ah, doch, doch, doch Wo landet er? Oh, er hat mich gesehen Er hat mich gesehen Bruder, du musst wissen Ich bin's wetter Du kannst mich nicht holen, Bruder Ich nehme dich hoch So ein Ding ist das So, Chat Ich hole mir direkt mal Erstmal hier oben Auf jeden Fall die Tag Damit die erstmal Instant rasieren Kommt doch her, Bruder Kommt doch her, Jungs Sie nehmen euch hoch Kommt doch her Wann ihr Stress wird Kommt her So Ich will die Tag hier oben haben Komm, Sidejump Okay, ich habe es verkackt Nice, Bro Da unten ist noch einer gelandet Das war er gar nicht Einer ist da Und einer ist da Welcher ist er jetzt? Ich bin verwirrt Ich bin verwirrt Er will flexen mit Sidejump Oder sonst was Ist er lost? Oh, ich habe eine Sniper Ich bin Stream Sniper Oh, ich muss die Kiste finden Ey, Jungs Ich glaube, dir geht das hier unten drin Ich gehe den erstmal pushen Hier ist auch eine Tür Hier ist auch Lol Tür ist offen Digga, ich dachte Ich bin allein Banane Was denkst du denn, wer du bist? Na, hör mal Was macht er denn? Pusht er den jetzt? Da ist eine Banane Ich muss ihn Oh Hä? Was zur Hölle, Bro? Habt ihr das gesehen, Shit? Hä? Ich habe den Kinn nicht bekommen Aber hier ist niemand, Digga Hä? Ich habe gerade ein bisschen Angst Bro Oh mein Gott Ich habe ihn vor ihm geholt Alter, wie nice war das Das habe ich, glaube ich, noch nie geschafft, Leute Noch nie Oh mein Gott War das nice Warum ist der jetzt gestorben, Digga? Hä? Bro Was geht hier ab, Mann? Ich muss weg, Digga Oh mein Gott Leute, was geht denn hier ab, Digga? Hier ist kein Mensch Aber Chat weiß jemand, was hier losgeht, Alter Hier ist aber kein Hier ist kein Mensch Ihr müsst wissen, so Er stirbt Gegner Allein Einfach so Er stirbt vor meinen Augen, so Ich bin weggeboostet auf einmal Kein Bock auf Stress Ich muss abbauen irgendwie Ich habe die Banane geholt Und er ist gerade in dem Moment davor gesprungen Hätte ich Pech gehabt Hätte ich ihn hops genommen, Leute Aber ich wollte die Banane Und es hat auch geklappt Wo ist er denn? Ey, das gibt es doch nicht Ich brauche mal wildruhen Stream hier, Digga Man will zocken Die ist da Okay Ey Ihr schießt jemand auf mich Ey Digga, was ist mit dir los? Es bleibt noch jemand auf mich Och, Digga Leute, was ist das? Digga, ich will gechit Arena-Zog Und dann immer irgendwelche Typen Die sich einmischen kommen müssen Ich hoffe, es ist kein Stream-Sniper, Jet Ich hoffe, es ist kein Stream-Sniper, Leute Aber hier ist nirgendwo einer Es ist gruselig, Digga Hier ist nirgendwo einer, Jet Alter Warte, warte Ich will Team Ich will Team Ich gönne mir das Auto Und fahre zu ihm hin Go, 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 go Ey Was ist das, Bro? Hochzeit Es ist Hochzeit, Bro Digga, kommt mit dem Auto Ich bin so onshot Digga Was macht ihr denn, Digga? Bro Versteck mich Er sieht mich nicht Er sieht mich nicht Ich versteck mich im Busch Was macht er da, Digga? Ich tue so, als wäre ich disconnected Ich habe disconnected Ich habe disconnected Hello, ich hoffe mal Es ist ein anderer Skin Es ist nicht dasselbe wie vorhin Hey, Leute, seid mir ehrlich Sollen wir nochmal versuchen zu teamen? Es ist safe and lost, you boy Wartet mal No scope, Leute Ich mache jetzt no scope Ey Es ist safe and lost Aber warte mal Hat er dasselbe Backflick wie vorhin? Nein, ich habe nicht dasselbe Backflick Nein Ich habe das nicht Der hat er dasselbe Ey Nein Ey, Bro Digga, was soll das? Ja, Tanz Digga, er hat schon wieder Anonymen Bruder Mach doch Anonymen raus Wenn du Stress willst, Bruder Zeig dich doch, Digga Oh, weint er jetzt? Er weint jetzt Was? Ich soll mich zeigen? Hast du Angst oder was? Ja, flex deine Nights, Bruder Flex ruhig Ey, Bruder Ich bin dir ehrlich Ich sag dir was, Bruder Ich bin dir ehrlich Pass auf Ich mach dir Ansage Was sagst du mir? Was für eine Ansage? Wenn du mich noch einmal Stream snipest, Bruder Ich weiß, du guckst den Stream Wenn du mich noch einmal Stream snipest Ich ruf Polizei, Bruder Das war die Ernste Ich ruf Polizei an Digga Kein Bock mehr Was soll das, Alter? Wenn ich ihn noch einmal Stream snipe Ruft er die Polizei Leute, ihr wisst, was das bedeutet Ich stream snipe einfach weiter Okay, Leute Ich hab's jetzt endlich wieder in einer Runde von ihm geschafft Das Problem war Ich war eine Division höher als er Und er war Division 1 Das heißt, ich konnte nicht in seine Runde kommen Er muss in der gleichen Division sein Das heißt, ich musste einfach warten Bis er in meiner Division ist, Leute Und jetzt hab ich's endlich geschafft reinzukommen Er landet, glaube ich, bei Flush Factory Ist er das? Oh, da landen mehrere Da landen mehrere Wer ist er? Er ist da unten, Leute Hier unten ist er Da rennt er Wie gesagt, ich hatte gerade zwei Runde Und das Stream snipest aber auch entspannt Deswegen denke ich Können wir jetzt auch entspannt weiterzocken Auf jeden Fall Ich gönne mir auch direkt ein paar Waffen Wie ihr wartet Ich hoffe, hier unten liegt direkt eine Tag Marshala Direkt eine Tag Wir gönnen uns Gegner Halt euch fest, ich bin der Tuch genommen So, wartet Tag haben wir schon mal Ich weiß jetzt nicht Ich guck mal hier oben Ob ich noch ein paar Metzframen kann irgendwie Ich muss ihn Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er Ich muss ihn direkt pushen Oh, da oben ist ein Gegner Oh, was ist jetzt schlau, Leute Ich muss schnell überlegen Okay, er ist hier unten Ich werde mir glauben Oh, Metz, Metz, Metz Hier sind ganz viele Gegner, Leute Oh, nein, 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 nein Okay, Leute, ich muss farmen Ich hab nur eine Pistole Ich hoffe, da kommen keine Gegner Ich hab eine Tag, ich hab eine Tag Ich weiß, Leute Ansonsten, ich hab hier soweit keinen Gegner gesehen Ich muss mal schauen Ich hab gerade irgendwas gehört Aber, keine Ahnung Ey, Leute, jetzt haben wir versucht Skybase zu bauen Schreibt mal in den Chat rein Ob ich Skybase bauen soll, Leute Das wär geil Ey, für den Stream jetzt So eine Skybase Oha, das wär fresh Oh, er will eine Skybase bauen Lumix, was tust du denn da? Was tut er? Da ist er Er ist in dem Raum Er ist in dem Raum Er gönnt sich die Slurpees Holy moly, Wacko Rody Er macht eine Skybase Was labert er denn schon wieder? Skybase in Arena? Ist er lost? Könnt ihr mir das mal sagen? Ey, eine Skybase wär voll geil, Leute Das Ding ist, Leute Ohne Streamsaber ist das Spiel Echt spielbar, das Ding ist Ansonsten, wenn ich das Streamsaber Werde, Leute Ich weiß nicht, ob ich das Stream ausmache Also es bockt halt ansonsten Ich hab zwar halt gerade echt Zwei Runden mal ohne Streamsniper Auf entspannt, Leute Aber ich weiß nicht, Digga Ich weiß nicht, ob ich das Streamsaber Aber es bockt halt einfach sonst nicht Man wär halt entspannt Sorgern Es gibt immer Leute, die das dann kaputt machen müssen Wisst du, wie ich meinst so? Wo ist der andere Gegner? Ich hab Angst vor den anderen Gegner Wo ist Lumix? Da hinten ist Lumix Oh, ich krieg ihn nicht Ich krieg ihn nicht Ich hab mir jetzt schon ein paar Metz auf jeden Fall Dann bau mir direkt die Skybase auf jeden Fall So, auf ihn wird geschossen Ach, nein Chat, auf ihn wird geschossen Ich hoffe, es ist kein Streamsniper Bitte Bitte lass es kein Streamsniper sein Sorry Lumix Tut mir leid Ich werd ihn jetzt Nein, nein, ich bin kein Streamsnapper Ich bin deep Ich werd ihn jetzt direkt hops nehmen Ich werd ihn direkt hops nehmen Was macht der da? Was macht der da? Leute, ich hau jetzt ab Dann baue ich mir erst von der Skybase So, wartet Ich loot ein bisschen noch was Und dann geht's los Ich hoffe, mich hat jetzt keiner gesehen hier irgendwie Ansonsten Ich würd sagen, Leute Ich baue jetzt erst mal von der Skybase Was für Skybase? Ich warte jetzt mal, bis er eine Skybase baut Und dann baue ich ihn ab Ganz easy Wo baust du die Skybase? Was tust du da, Bro? Digga, ist er lost? Soll ich ihn abbauen? Wir sind in der Arena Ich Streamsniper ihn in der Arena Und er baut sich hier eine Wendeltreppe Auf eine Skybase Ich zeig euch das Und passt auf Ihr baut erst mal so eine normale Treppe Dann müsst ihr einen Boden bauen Ich baue mal stehen den Stein hier ab Der ist uns nämlich im Weg So, wartet Den Stein müssen wir noch abbauen Und deutlich, wie viele Steine gibt ihr denn? Lol, 150 So, dann müsst ihr so editieren Dann müsst ihr das so in den Bogen editieren So eine Wendeltreppe Und dann könnt ihr einfach mit so einer Wendeltreppe hier hoch, Leute Dann könnt ihr einfach eine richtig krasse Skybase machen Das ist so geil Wir bauen uns jetzt richtig weit hoch, Leute Und dann, ähm Holen wir uns einfach mit Skybase, Digga Das Ding ist dann Wenn unten dann ein Streamsniper ist Der kann nichts machen Und dann ganz, ganz oben hocken Ist er lost? Äh, noch ein Schlag fehlt Da ist noch ein Gegner Lumex Let's go So, warte Ich baue mich noch ein kleines Stück nach oben Hä? Lol Was war das denn? Hä? Ich kann nicht bauen Ey Bro Oh mein Gott, ich hab ihn Anonym Tanz den Standard Tanz Nein Schon wieder anonym Ohne Tanz Digga, ich dachte, ich hab ein Digga, ich dachte, ich kann nur mal einen Stream machen, Digga Und immer muss ein Streamsniper werden, Bro Ey Ey, Digga, was soll das denn? Bro, mal ernsthaft Immer dieses Streamsniper, Digga Es ist, es ist halt safe, ich hab ihn holen gewesen, Digga Und ich gönn mir jetzt kurz den nach, den da hinten Oh, er jagt mich Oh, wie er ausrastet Weiß wirklich nicht Ähm, es bockt halt so nicht Ich hab auch grad echt keinen Bock Weißt du, er hat immer Anonymen drin, Digga Er zeigt sich nicht, wer er ist, so Es hat komplett Sinn aus Ich glaub, ich werd das Stream auch beenden Weil ich glaub, ich werd privat ein bisschen Fortnite weiterzocken Einfach ohne Stream, ein bisschen Arena Es macht halt so keinen Sinn Wisst ihr, wie ich mein, so das bockt so einfach nicht Deswegen, Leute, ich weiß jetzt nicht Ich werd eigentlich jetzt privat ein bisschen Fortnite erzeugen Das Zimmer nicht jetzt beenden, Leute Insofern, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, Leute Wir sehen uns im nächsten Stream Haut rein Ciao, ciao Ähm, Leute Spaß beiseite Ich muss jetzt wirklich Lumex anrufen Und zeigen, dass ich es war, Leute Ich werd jetzt die Runde liefen auf ganz ehrenvoll Und ich werd ihn jetzt anrufen Und sagen, dass ich es war Mal gucken, wie er reagiert Weil er weiß ja nicht, dass ich es bin, Leute Ich würd sagen, wir sehen uns gleich Wenn ich ihn angerufen hab, okay Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er darauf reagiert, Leute Let's go Okay, Leute Ich werd ihn jetzt anrufen Mal gucken, was er sagt Ich schau mal, ob er überhaupt rangeht Let's go Hallo, hallo Wer ist da? Hallo Äh, yo, Lumex Was geht? Was machst du gerade so? Ey, Flames Was geht? Äh, Bro Ich weiß nicht Ich zock grad privat Du bist in Fortnite einfach so Du musst wissen Ich hab auch grad gestreamt so Aber ich wollte halt permanent gestreamt Ich hab das Bock zu ein Und ich weiß nicht Ich hab's schon beendet Jetzt zock ich halt alleine Ach so Du wurdest gestreamt, gerade? Ja, ich weiß nicht Du musst jetzt so kurz in die Streams So und auf einmal So immer so So ein Benni-Boy Und No-Skin Immer jemand anderes Anonymen, wo du haltest Streamstatt Mich so Und Tanz dann loszuspringen Ach so War das so Äh, in der ersten Runde War das so ein Benni-Boy Dann hattet ihr den gleichen Backpack Aber No-Skin Und ganz am Schluss War das ein kompletter No-Skin Der getanzt hat Und dich bei deiner Skybase runtergeschossen hat Äh, ich weiß nicht Ich, ich, äh Ich schau auch grad gar nicht Deinen Stream Ähm Äh, na, na, na Ja, Flex Ganz kurz Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass Warst du das, Digga? Bro Es tut mir leid, aber Bro, bro, bro Es tut mir leid, aber meine Community Will einfach sehen, wie ich dich die ganze Zeit streamst hab Es tut mir leid Die feiern dich einfach Okay, ja, Digga Ich bin geraged, Digga Ich hab's Stream beendet, ne, ist dir klar? Ja, es tut mir leid Ey, nimm meine Entschuldigung an Bro, als Wiedergutmachung Leute, meine Community Checkt den Link in der Beschreibung Checkt Lumix ab Lasst ein Abo da Macht ihn glücklich Und vielleicht Können wir ihn ja wieder öfter stream snipen, oder? Okay, Bro, er ist okay Okay, Leute Lasst ein Like da Und ein Abo Kuss geht raus an jeden von euch Und wir sehen uns beim nächsten Video Euer Flakes Ciao Ciao